Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr als zwei Jahre nach offiziellem Beginn der neuen Förderperiode der Kohäsionspolitik diskutieren wir heute über die neuen Instrumente und wollen sie bewerten und gleichzeitig eigentlich schon eine Debatte führen über die Zukunft der Kohäsionspolitik. Deswegen ist eine solche gemeinsame Aussprache, denke ich, auch ganz wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für die Regionen und für die Menschen, die davon profitieren können, dass es europäische Kohäsionspolitik gibt. Das Parlament hat sehr stark unterstützt, die Einführung dieser neuen Instrumente, aber auch unterstützt, dass die Finanzinstrumente gepusht werden. Und ich denke, es ist gerade für den städtischen Rahmen, das Integrated Territorial Investment System oder das Community-Led Local Development Instrument, bekannt als Leader, jetzt auch für den EFRE, für den Regionalfonds nutzbar, ganz wichtige neue Instrumente für die Region, um auch ein Stückchen näher an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und ein Stückchen effizienter und erfolgsorientierte Kohäsionspolitik zu machen. Ich habe allerdings den Eindruck nach den ersten Erfahrungen, dass insbesondere durch die vielen neuen Guidelines durch die Kommission das ganze Verfahren eher verschlimmbessert worden ist, als tatsächlich nutzbar gemacht worden ist. Wir hatten Vereinfachung im Sinne und müssen heute wieder darüber nachdenken, wie wir die gesamte Kohäsionspolitik für den Nutzer, für die Nutzerin vereinfachen und effizient nutzbarer machen zu können. Ich denke, ein Punkt dabei wird sein, dass wir stärker Schulungen durchführen müssen für die Menschen, die das nutzen. Aber wir müssen auch wirklich Ergebnisse von der Taskforce erwarten, die Vereinfachung hoffentlich noch für diese Förderperiode vorschlagen wird, im Sinne dessen, dass wir wirklich eine starke Kohäsionspolitik auch nach 2020 brauchen. Danke schön.